Keiner will mit dir reden, keiner darf mit dir reden. Es ist ja letztendlich ein normaler Verein, quasi könnte man so unterbrechen der Verbindung. Ich bin Noah und gerade in Eisenach beim Burschentag des Sachverbandes Deutsche Burschenschaft. Studentenverbindungen, Burschenschaften haben einen beschissenen Ruf. Konservativ, rechts. Ich will hier rausfinden, ob sie diesem gerecht werden und was das an sich für Tuten sind. In Eisenach treffen sich jährlich hunderte Verbindungsstudenten aus ganz Deutschland. Sie gelten als Elitär, rechts und notorische Trinker. Nach Verbindungen der Deutschen Burschenschaft zur AfD, Identitären Bewegung und Co. muss man nicht lange suchen. Das ging auf vielen Burschenschaftern zu weit. Seit 2012 haben sich aufgrund des Rechtsrucks des Verbandes laut Medienberichten ein Drittel der Burschenschaftler von ihm abgespalten. Für den Hintergrund, es gibt mehrere Dachverbände und nicht jede Studentenverbindung ist eine Burschenschaft. Also du kannst mit den Leuten off-camera reden, aber sobald du mit der Kamera filmst, keiner will mit dir reden, keiner darf mit dir reden. Mich regt es auf, dass man sich über seinen schlechten Ruf beschwert, aber dann mit niemandem reden will. Hoch zum Burschenschaftsdenkmal darf ich nicht. Privatgelände. Der erste Eindruck von hier unten reicht mir auch erstmal. Und gerade wird die Deutschland-Hymne gesungen und auch die erste Strophe. Wäre doch interessant zu diskutieren. Mach ich auch, aber immer nur, wenn die Kamera aus ist. Und dann lerne ich Menschen kennen, die zwar teilweise ein verachtendes Weltbild haben, aber mit denen man immerhin reden kann. Ist die Kamera an, kann ich euch nur sowas hier zeigen. Ich finde es schade. Ja, hier kommen regelmäßig Herrschaften mit Biergläsern raus und hinten hat man vielleicht die Leute grölen. Also jetzt wird die ganze Veranstaltung wohl zum Saufgelagert. Mir reicht's. Ist doch keine journalistische Leistung, Leute als besoffene Rechte darzustellen, ohne mit ihnen überhaupt gescheit zu reden. Tag vorbei, Taxi ins Hotel. Kannst du vielleicht kurz sagen, wie Sie so den frischen Tag immer wahrnehmen? Es ist echt schwer, hier Leute zu finden, die irgendwas sagen wollen. Ich hatte auch schon eidliche Konflikte mit, was heißt nicht Konflikte mit, aber dass sie dann mal zu besoffen ins Auto eingestiegen sind. Wo dann aber, die haben ja so Rudelführer bei denen drin, die dann ja wirklich gesagt haben, die sollen sich jetzt benehmen, sonst müssen sie irgendwelche Strafen bezahlen. Das finde ich immer ganz nett, muss ich ehrlich sagen. Mit der Recherche läuft's weniger gut. Das war jetzt ungefähr der fünfte Versuch, den Philipp Stein, den Pressesprecher von der Deutschen Burschenschaft, zu erreichen. Der hat eigentlich zugesagt, dass er mir erstens den Kontakt zur Burschenschaft Alemannia hier in München herstellt und dass er mir auch mal ein Interview gibt. Jetzt reagiert ihr weder auf Anrufe noch auf SMS oder E-Mails ziemlich scheiße. Licht bringt dir nicht, aber jetzt halt bei der ganzen Sache ist, ich werde wahrscheinlich jetzt dieses Wochenende bei der Münchner Frauenverbindung Bavaria Aurea drehen. Das ist ziemlich interessant. Nach drei Kennenlerntreffen kann ich mit den Damen drehen. Ich treffe Annika. Sie ist 19, Studentin und Fuchs bei der Bavaria Aurea, einer von zwei Münchner Frauenverbindungen. Einen Fuchs nennt man einen Studenten in der Probezeit. Also wir gehen jetzt zu meiner Fuchs-Majora, das ist quasi meine Mentorin so ein bisschen, die ein bisschen über dieses Ganze mit mir geredet hat, so die Entstehung, was es für Verbindung bedeutet. Es ist ja letztendlich ein normaler Verein, quasi könnte man so runterbrechen, eine Verbindung. Also haben wir auch Satzung und sowas, wie jeder andere Verein auch. Und bist du nervös, du wirkst ein bisschen so? Ja, vielleicht, ganz leicht. Nervös ist Annika, weil für sie heute ein großer Tag ist. Auf der Fuchsenprüfung, wo wir jetzt hingehen, entscheidet sich, ob sie heute Abend zum vollwertigen Mitglied erklärt wird. Wie lange warst du jetzt in deiner Fuchsenzeit? Oder bist du in jetzt noch? Knapp zwei Semester. Ich bin gleich im ersten Semester dazugekommen über eine Kommilitonin. Und die Mädels waren alle total lieb und cool. Schätze ich jetzt irgendwie voll unglaubwürdig an, so als ob ich so einen Werbefilm drehe. Aber ja, es hat halt einfach gepasst. Der Grundgedanke ist eben, dass du halt eine lebenslange Gemeinschaft bist und man gegenseitig füreinander einsteht. Ciao. Ich warte. In der Satzung der Bavaria Aurea steht nämlich, dass Dritte bei der Prüfung nicht dabei sein dürfen. Ich bin nur froh, überhaupt einen Einblick zu kriegen. Und auch das war nicht einfach. Der Eindruck, den ich jetzt an sich immer hatte, wenn ich mit Frauen von der Bavaria Aurea geredet habe, dass sie halt erstens, wie gesagt, sehr vorsichtig sind in der Art, wie sie sich ausdrücken. Und halt auch immer diese Sorge, wenn nicht sogar schon Paranoia haben, dass man sie halt irgendwie dann versucht, in die Pfanne zu holen, dass man sie schlecht dastehen lässt in dem Bericht. Also hat es schon, glaube ich, eine Weile gedauert, dass die mir jetzt glauben, dass ich mich halt wirklich interessiere für dieses Verbindungswesen. Nach eineinhalb Stunden ist die Prüfung durch. Ein Verbindungshaus haben die Damen nicht. Die Prüfung findet in der Wohnung einer Bundesschwester statt. Wie hat sie sich geschlagen? Sie hat sich wunderbar geschlagen, muss ich sagen. Wir haben zwischendurch echt Gänsehaut gekriegt, was sie uns erzählt hat. Gerade was die Prinzipien angeht. Wie sie zu uns gekommen ist und wie sie zu uns steht. Und wie lief's? Gut, gut. Darf ich vielleicht einfach hochkommen? Ja, klar. Genau, wenn ich dich jetzt eh schon da habe. Also wie genau läuft denn eigentlich diese Prüfung ab? Also was genau wird denn da abgefragt? Das würde mich jetzt interessieren. Also im Endeffekt ist es so, jede Verbindung hat so Geschichten wie eine Satzung, einen sogenannten Comand. Der Comand beschreibt im Prinzip, wie wir auftreten wollen, was an Kleiderordnung es gibt für die Verbindung. Das heißt, bei uns ist es tatsächlich üblich, beispielsweise wenn eine Dame irgendwo hingeht auf eine öffentliche Veranstaltung, dann sollte der Rock eine gewisse Länge haben. Einfach um nicht irgendwie ein schlechtes Bild nach außen abzugeben. Und es gibt gewisse klassische Festivitäten in einer Verbindung, wie zum Beispiel auch heute Abend den Commerz. Und diese Veranstaltungen folgen bestimmten Regeln. Und um später eine gewisse Souveränität zu haben, wenn selber der Fuchs dann im Prinzip in eine solche Veranstaltung leiten muss, wird er daraufhin geprüft, ob er verstanden hat, wie das funktioniert, warum wir gewisse Dinge tun. Und wie ist es jetzt, dieses Gefühl, auf Lebenszeit dabei zu sein? Ich glaube, ich kann das noch nicht realisieren. Nee? Vielleicht kommt es heute Abend, wenn ich mein Band bekomme. Seit vier Jahren erst gibt es die Bavaria Aurea. Die Verbindungen auf dem Burschentag blicken teilweise auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Auf ihrer Website präsentieren sich die 15 Damen recht progressiv. Wenn ich mir jetzt eure Website angeschaut habe und auch jetzt mit euch geredet habe, habe ich mal an sich den Eindruck, zu sagen, ihr seid die Frauen, die versuchen, das ganze Verbindungswesen zu modernisieren. Das ist der Eindruck, den ich habe. Und seht ihr dann so, ja, wir haben jetzt die gebaute feministische Frauenpower dahinter. Oder wie seht ihr euch da? Also wir haben an der Stelle eigentlich eine relativ klare Lesart. Das heißt, wir sind in erster Linie Frauen, in erster, zweiter Linie kooperiert. Das heißt aber, für uns ist es wichtig, dass man auch als Frau auftritt und sich dementsprechend verhält. Also das heißt, wir, uns ist es ganz wichtig, dass wir nicht als Mannweiber rüberkommen, sondern wirklich das Gefühl, man hat auch immer das Gefühl vermittelt, ja, wir sind trotzdem weiblich. Wir möchten uns auch nicht in die gleiche Kategorie oder in die gleiche Reihe stellen wie die Herrenbünde. Annika hat sich mittlerweile umgezogen. Wir fahren zum Stiftungsfest. Sie studiert übrigens Soziale Arbeit und ist ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Im Studium habe ich ganz oft das Problem, dass sie mir sagen, ich bin so jung, ich kann gar nicht reif genug für den Beruf sein und schon gar nicht kann, das, was ich zu sagen habe, hier irgendwie von Bedeutung sein. Weil ich habe ja gar keine Lebenserfahrung. Und egal, also wie alt die Leute dort sind oder was sie studiert haben, wie hoch ihre gesellschaftliche Position angesehen wird, das war immer so respektvoll auf einer Ebene. Und sie fragen auch dich nach deiner Meinung, weil sie auch das wissen wollen, wie du das siehst oder wie halt Jüngere das sehen. Also es ist halt immer auf einer Augenhöhe. Und das ist für mich auch so das, was halt das Schöne und auch Wichtige daran ist. Die Chagierten der ADV Bavaria Aurea zu München. Das sind die drei chargierenden Damen, die das heutige Stiftungsfest leiten. Dort wird heute das vierjährige Bestehen der Bavaria Aurea gefeiert. Hiermit eröffne ich den Kommerz zum vierten Stiftungsfest meiner lieben ADV Bavaria Aurea zu München im Sommersemester 2017. Für den Verlauf des Kommerzes ergeht ein strenges Non-Lizet-Vagari in Humare et Mobiltelefonare. Geladen sind Verbindungen, darunter auch Bursenschaften, aus ganz Deutschland. Es werden Studentenlieder gesungen. Es werden Reden gehalten. Liebe Corona, ach was geht es uns doch gut. Prost! Und es wird natürlich viel getrunken. Ich muss zugeben, dieses Klischee wurde von einem bisschen erfolgen. Sehr erfüllt heute. Was sagt ihr zu diesem Vorwurf oder seht ihr es überhaupt als Vorwurf, sag ich jetzt mal? Sagen wir mal so, andere Studenten trinken auch. Und zwar meistens nicht weniger. Wir haben gehört von vielen Partys, egal ob das jetzt hier in München das Brainstorming ist oder ob das die Pharma-Party ist oder die Juristen mal wieder einen drauf machen. Juristling. Da wird wahrscheinlich mehr getrunken als bei uns. Und bei uns ist es eben sehr oft ritualisiert. Nachdem du die Fuchsenprüfung heute erfolgreich und mit Bravour bestanden hast, freu ich mich nun, dich in den Status des aktiven Mädels zu erheben. Erkennst du die Grundsätze der ADV Bavaria Aurea an? Mit dem dreifarbigen Band hat Annika nicht mehr nur alle Pflichten, sondern auch alle Rechte in der Verbindung. Nächster Morgen. Nach dem Stiftungsfest wurde noch im Verbindungshaus eines Herrenbundes weitergefeiert. Jetzt ist es 12 Uhr. Vier Bundes-Schwestern laufen mit beim Maddie Ains Run. Wo es eigentlich nur darum geht, dass die Frauen Spaß haben. Aber gleichzeitig geht da auch ein Teil des Erlöses an die Brustkrebsforschung. Und das ist eben der Grund, warum die Bavaria Aurea Frauen da mitmachen. Hallo Noah! Hallo Noah! Wenn ich komme, ich halte mich zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Ich will euch schnell nicht. Auch ein paar Bursenschaftler von gestern sind zum Anfeuern mitgekommen. Danke schön! Die Damen sammeln auch Spenden für soziale Einrichtungen und dass sie hier mitlaufen, finde ich super. Ich habe noch einige Fragen an die Frauen von Bavaria Aurea. Aber in den zwei Drehtagen, die ich jetzt bei denen hatte, hatte ich da nicht immer die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen. Und deswegen treffe ich mich jetzt mit der Karin. Das ist die Seniora der Bavaria Aurea, also die Vorsitzende zurzeit. Und ja, jetzt kann ich ihr mal ein paar Fragen stellen, die ich schon hatte und eben auch ein paar kritische. Mein persönlicher Eindruck ist also, viele Linke findest du nicht in Verbindungen, weil Linke an sich jetzt nicht Fan von Verbindungen sind, weil die eben so umstritten sind. Und deswegen frage ich da euch so, bevor ich jetzt irgendwie, welche Vermutung machst du, was ihr euch jetzt selber da beschreiben würdet? Also ich persönlich beschreibe mich als konservativ-liberal, was aber eben auch ein weitgefasster Begriff ist. Und ich sehe einfach Dinge etwas anders und differenzierter als die eine oder andere Bundesschwester vielleicht. Aber wir können uns wirklich nicht darauf einigen, dass wir jetzt komplett konservativ sind, weil das sind wir nicht. Wir können uns aber auch nicht freiheitlich-liberal als Gesamtgruppe nennen, weil das sind wir auch nicht. Ich will von den Damen auch wissen, was sie eigentlich von den Leuten halten, die ich am Burschentag gesehen habe. Schwierige Frage. Das Lustige dabei ist, sie sind umstritten in den Medien und außerhalb der Kreise und alles, was da heruntergebetet wird von vielen Journalisten und immer wieder auch hochgeholt wird, das bezieht sich auf Einzelmeinungen und Einzelpersonen. Du meinst ja zum Beispiel, dass ihr Freundschaften habt oder auch Kontakt habt zu den lokalen Herrenbünden. So ist es dann auch zu so Burschenschaften, wie zum Beispiel Danubia, die jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden, oder Burschenschaften wie die Staufia, die zum Beispiel sagen, wir nehmen nur Leute auf, die deutscher Herkunft sind? Also die waren mal einer auf einer Veranstaltung da, aber ja, der war halt nicht so mein Typ von Mensch. Aber er hat da auch nicht rechte Parolen von sich gegeben, dass ich ihn sofort rausgeschmissen hätte. Und mit den Staufen, ja, nette Menschen. Die Burschenschaft Staufia war auch hier dabei. Von den Danuben weiß ich es nicht. Die Damen selber wollten eigentlich auch beim Burschentag vorbeischauen. Haben sie dann aber nicht. Aber nicht aus politischen Gründen. Bei der Bavaria Aurea möchte ich mich für den Einblick bedanken. Ich wünsche, die Burschenschafter wären auch so offen gewesen. Die Burschenschaft Staufia